Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Im heutigen Video wollen wir uns einerseits das Waffenträger-Event anschauen, was uns da konkret bevorsteht und andererseits auch auf den Premium-Panzer mit ein paar kleinen Bildern einen Blick werfen, der mit diesem Event ins Spiel eingeführt wird, denn der Astron Rex hat heute nochmal mit einem kleinen Mikropatch einen Buff bekommen. Also kurz vor Release wurde dieser Panzer nochmal verbessert und diese Verbesserungen wollen wir uns hier auch in diesem Video noch anschauen. Werfen wir aber erst einmal einen Blick auf das anstehende Waffenträger-Event, was wir ja in sehr, sehr, sehr ähnlicher Form im letzten Jahr auch schon hatten. Das ganze Event läuft dieses Jahr vom 27.9. bis zum 11. Oktober, also genau zwei Wochen. Und auch wie im letzten Jahr gibt es zwei Gruppen, die man spielen kann. Einmal die Windhunde, wo man in einer Gruppe von sieben Leuten dann gegen den Waffenträger auf E100 spielen kann. Das ist ein einzelner Spieler und je nachdem muss man halt den Waffenträger besiegen oder halt die Windhunde besiegen im Waffenträger. Der Waffenträger hat ein Energieschild, das kann man deaktivieren, indem man von seinem KI-Kollegen das Plasma einsammelt. Wenn dieses Plasma dann zu Generatoren bringt, dann wird kurzzeitig das Energieschild des Waffenträgers deaktiviert, beziehungsweise wenn man alle Generatoren zerstört hat, ist das Energieschild komplett zerstört und dann kann man den Waffenträger auch kaputt schießen. Der Waffenträger muss überleben und die Zeit überstehen und wenn er das schafft, beziehungsweise alle Gegner glaube ich zerstört, dann hat er halt gewonnen. Das Ganze ist wieder mit Ingame-Aufträgen gekoppelt, man kann hier Sammlungen voll machen, die zeige ich euch gleich. Das Ganze läuft auf drei leicht angepassten Karten, Muruwanka, Siegfriedlinie und Steppen. Die Windhunde sind hier auch nochmal mit ihren einzelnen Features speziell erklärt. Im Kern steckt dann ein Objekt 140, ein Patton und eine Batchett 25 Tonner drin. Den Link hier dazu, wo ihr das konkret nachlesen könnt, was die einzelnen Windhunde für Fähigkeiten haben, packe ich euch auch nochmal mit in die Videobeschreibung. Es wird außerdem nicht nur einen Waffenträger auf E110 geben, sondern es wird auch wieder einen Waffenträger auf E220 geben. Letztes Jahr war es so, dass dieser Waffenträger ja von den großen CCTs gespielt wurde. Wie Wargaming das dieses Jahr löst, ist zum aktuellen Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht bekannt. Sie kündigen hier nur an, dass es da einen speziellen Artikel geben wird. Wenn der zum Release des Videos schon verfügbar ist, packe ich euch den zusätzlich zu diesem Artikel mit in die Videobeschreibung. Ansonsten kann man wieder Windhundbelohnungen oder Sammlungen vervollständigen. Wenn man als E110 spielt, auch wieder Ingenieursbelohnungen. Da gibt es Bonds etc. pp, also hier auch Premium-Spielzeit. Und außerdem, und das ist die Veränderung so ein bisschen zum letzten Jahr, gibt es auch wieder eine Art von Lootboxen. Nur war es im letzten Jahr so, dass es klassische Lootboxen gab mit einer speziellen Mechanik. Denn man konnte die re-rollen für einen gewissen Goldbetrag und konnte so quasi seine Wahrscheinlichkeiten erhöhen. Das war eine Mechanik, die bei mir persönlich nicht ganz so gut ankam. Dieses Jahr haben sie das ein bisschen anders gelöst. Es gibt nicht diese klassischen Lootboxen, sondern das ganze Ding heißt diesmal Starter. Das gibt es einerseits als Windhund-Starter, wo man halt sich hier Sachen kriegen kann. Creditpunkte, Reserven, Spielzeit, Verbrauchsmaterial, Ausbausätze, Garagenstellplätze. Das ganze gibt es aber auch als Ingenieurs-Starter, die man bekommen kann, beziehungsweise die man auch kaufen kann. Auch hier haben wir wieder Gold, Creditpunkte, Reserven, Premium-Spielzeit, Ausbausätze, Besatzungsbücher drin. Außerdem gibt es die Wahrscheinlichkeit auf Stile und Wappen und auch auf 3D-Stile passend zu den drei Panzern, die hier auch gefahren werden können. Und, und jetzt kommt das Thema mit den Premium-Panzern, es wird halt auch wieder Lootboxen oder Starterboxen oder wie auch immer ihr sie am Ende nennen wollt, geben. Also diese Ingenieursboxen, diese Ingenieurs-Starter, wo Premium-Panzer drin sind. Unter anderem die Fahrzeuge, die hier genannt sind, also Tier 8 Premium-Panzer und halt auch diesen Astron-Rex. So zumindest ist hier die Beschreibung zu interpretieren, aber die tollsten Preise sind die beeindruckenden Premium-Panzer der Stufe 8, die auch den brandneuen Astron-Rex 105mm bei Ihnen halten. Neben diesem Raubtier könnt ihr ein Premium-Fahrzeug aus der folgenden Liste erhalten. Das sind also die, die wir hier sehen. Außerdem gibt es auch nochmal ein spezielles Fahrzeug-Portal, die mit Ingenieurs-Startern aktiviert werden können. Und daraus kann man dann wohl den Astron-Rex ziehen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, es ist ein bisschen schwer zu interpretieren, ob man quasi aus den Ingenieurs-Portalen und aus dem Fahrzeug-Portal den Astron bekommt oder nur aus dem Fahrzeug-Portal. Fakt ist aber, es wird wieder über Lootboxen oder über irgendwelche Gamble-Boxen, sage ich mal, ein neuer Premium ins Spiel eingeführt. Ob man das nun gut oder schlecht findet, sei jetzt hier mal dahingestellt. Dazu habe ich an anderer Stelle auch schon, ja, Stellung bezogen bzw. das ganze Thema auch behandelt. Sei es in Videos oder in Livestreams. Man kann hier nur wieder sagen, wenn es euch nur um den Premium-Panzer geht, dann kauft euch einfach diese Lootboxen nicht. Man kann davon ausgehen, dass der Panzer in irgendeiner anderen Form auch zu einem späteren Zeitpunkt ins Spiel eingeführt wird. Aber werfen wir jetzt mal einen Blick auf diesen Tier 8 Premium-Medium-Autoloader der Amerikaner. Hier habe ich jetzt mal Tanks GG offen und das sind noch die alten Werte. Ein 5-Clip-Autoloader mit einer zu dem Zeitpunkt relativ mäßigen DPM. Einen entsprechend langen Reload natürlich. Und einem Alpha-Schaden von 320 und einem entsprechenden potenziellen Clip-Damage von 1600, was natürlich ultra stark ist. Allerdings zu diesem Zeitpunkt 4,5 Sekunden Intra-Clip-Reload. Das heißt, der braucht effektiv mit Nachladen und Intra-Clip-Reload Zeit 55 Sekunden für so einen kompletten Clip zum Rausschießen und zum Nachladen. Was natürlich ultra lang ist und was dann auch in dieser DPM resultiert. Ansonsten, ja, ein Top-Speed, der in Ordnung ist. Ein Rückwärts-Speed ist er extrem stark. Ein Leistungsgewicht, was für den Medium-Panzer eher eingeschränkt ist. 10 Grad Gun-Depression, auch eher eine mäßige Sichtweite von 380 Metern. Und auch die Panzerung, wenn wir uns die mal anschauen, ist auch eher mäßig und vom Crew-Layout wollen wir noch gar nicht sprechen. Zum Zeitpunkt, jetzt ist hier die Feldaufrüstung auch noch nicht verfügbar in Tanks GG. Also dazu kann man zumindest jetzt noch nichts sagen. Panzerungsmodell. Ja, 10 Grad Gun-Depression können wir uns ja mal kurz angucken. Dementsprechend, wenn er Hold-Down steht, der Turm recht stark, auch die Oberwanne. Problem ist einfach seine riesige Kommandantenkuppel, die das Ganze wieder so ein bisschen obsolet macht. Trotzdem natürlich, ja, ganz nett, wenn der Hold-Down steht, kann er mit Glück schon was bouncen. Der Rest des Fahrzeugs, ihr seht schon, ist von der Panzerung im Grunde nicht viel wert. Eventuell an der Oberwanne durch den Winkel bouncet mal was. Ein Blick auf die Kanone. Zu dem Zeitpunkt waren es jetzt 185 Pen. Ich kann schon mal teasern, das wurde verbessert. Premium 250 Pen AP. Standard mit 945 Metern. APCR 1100. Also 1180. Und sehr ungenau. Mit aber relativ guten Soft-Stats. Und einer einigermaßen brauchbaren Einzielzeit. Hier nun die Infos, um das Ganze zu vervollständigen, zu dem Buff, der heute mit dem Mikro-Patch aufgespielt wurde. Also einerseits wurden die Goldpreise hier dann angepasst. Also der Panzer ist jetzt regulär im Spiel drin. Aber wir sehen auch schon, dass einige Werte hier verbessert wurden. Einerseits natürlich die Nachladezeit. Wir sehen hier nur die effektiven Werte. Also wenn hier 37 Sekunden steht und hier 36,22, sind das einfach schon die effektiven Werte mit einer 100% Mannschaft. Hier bei Tanks GG sind es halt die Werte ohne Q. Also die wirklich reinen Stockwerte. Die Nachladezeit wurde verbessert. Damit steigt die DPM natürlich einerseits. Und auch der Intra-Clip-Reload wurde von 4,5 auf 4 Sekunden verbessert. Damit geht die DPM hoch auf knapp über 1900. Wenn wir hier mal die effektiven Werte nehmen, dann 1948. Wir sehen schon die Stockwerte, wie gesagt, hier das unterscheidet sich ein bisschen. Also sagen wir mal auf knapp über 1900 die DPM. Damit wird er natürlich deutlich konkurrenzfähiger. Die richtig schlechte Durchschlagswerte auf der Standard-Munition werden zumindest ein bisschen verbessert. Auf 190 mm, was immer noch scheiße ist. Was dazu führt, dass man, wenn man DPM gegen 9er oder 10er kämpfen muss, häufiger mal mit einer APCR unterwegs sein muss. Weil man ansonsten ja nichts wirklich durchschlagen kann frontal. Und das Leistungsgewicht jetzt auch nicht unbedingt dazu einlädt, das Flankiermanöver zu starten. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie sie das spielen wird. Er bekommt nochmal 50 Hitpoints mehr. Und er bekommt auch nochmal ein bisschen mehr Sichtweite. Also insgesamt die Feuerkraft wird immer deutlich verbessert. Sichtweite wird verbessert. Und auch die Hitpoints werden etwas verbessert. Das ist auf jeden Fall ganz nice. Ob das den Panzer jetzt von normal gebalanced auf OP bringt oder von scheiße auf normal. Das kann ich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht einschätzen. Das werden wir uns dann im Review nächste Woche anschauen. Was aber vor allen Dingen sehr, sehr spannend bei dem Fahrzeug ist, ist seine reine Größe. Also hier sind Vorschaubilder aus dem Mai, wo der Panzer noch ohne Texturen im Supertest zu sehen war. Und hier mal so ein paar Vergleichsbilder mit dem Mutanten. Und da sehen wir schon, das Ding ist extrem klein. Klar, der Mutant, der ist auch sehr hoch. Also der Vergleich zeigt natürlich ja auch die Extreme, die man so haben kann. Trotzdem, das Fahrzeug scheint sehr, sehr klein und sehr flach vor allen Dingen zu sein. Das wird dann höchstwahrscheinlich in einem einigermaßen brauchbaren Tarnwert resultieren. Und macht ihn insgesamt natürlich, wenn man ihn Hold Down spielt, relativ schwer treffbar. Wenn man dann nur diesen kleinen flachen Turm zeigt. Natürlich ist die Kommandantenkuppel immer noch eine Einladung. Die ist megamäßig fett. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie schwierig das aufgrund dessen mit dem Fahrzeug sein wird. Oder ob der Panzer trotzdem Hold Down einiges leisten kann. Schauen wir mal. Auf jeden Fall bekommen wir hier einen weiteren Autoloader ins Spiel. Ob das nun wünschenswert ist, lasse ich hier mal offen. Auch die Thematik bezüglich dieser Lootboxen oder dieser Starter, wie sie jetzt heißen. Ist halt auch wieder ein Thema, was man durchaus besprechen kann. Was hier aber im Video nicht Thema sein soll. Was sagt ihr zu dem Event? Grundsätzlich habt ihr da Bock drauf, werdet ihr es spielen oder sagt ihr, nö, das hat mir letztes Jahr schon nicht gefallen. Lasst es mich gerne mal in den Kommentaren wissen. Was sagt ihr zum Panzer? Auch dazu schon mal gerne euer Feedback dagelassen. Ich finde es halt ein bisschen schwierig kritisch, dass jetzt der nächste Autoloader ins Spiel kommt. Aber gut, kann man sich halt in den Mund fusselig reden. Wargaming macht am Ende ihr Ding. Und wenn sie der Meinung sind, den nächsten Autoloader zu bringen, dann, was soll ich sagen, dann ist es halt so. Muss man ab einem gewissen Punkt damit leben. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihm gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Nämlich genannt sind das Curtano, Gorwin, Kulle und GameOneFan. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oherr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017